Glatteis-Chaos auf den Straßen im US-Bundesstaat Oregon. Ein Dashcam-Video aus einem Funkwagen zeigt, wie gefährlich das Eis auf der Straße ist. Im Rückwärtsgang fährt Polizist Mike Benson die Straße hinauf, von einem Wagen, der vor ihm in den Graben gerutscht ist, zu einem Auto hinter ihm, das ebenfalls von der Straße abgekommen ist. Plötzlich schlittert von der anderen Straßenseite ein Auto heran und kracht in den Polizeiwagen. Benson sieht die herannahende Gefahr rechtzeitig und kann sich in Sicherheit bringen. Verletzt wird hier zum Glück niemand. Der Streifenwagen ist zwar beschädigt, trotzdem fährt der Polizist damit kurz darauf zu weiteren Glatteis-Unfällen. In Oregon explodiert die Zahl der Unfälle gerade. Wie die Polizei Bild mitteilt, hat es zwischen dem 23. und 29. Dezember 1.101 Unfälle gegeben, im gleichen Zeitraum 2020 waren es nur 474. Autos, die nur von der Straße abgekommen sind, werden in dieser Statistik nicht mal mitgezählt. In den letzten Tagen hat es demnach ein Todesopfer und mehrere teils schwer Verletzte gegeben. Der starke Anstieg der Unfälle ist auf den vielen Schnee dieses Jahr zurückzuführen und auf das Verhalten der Autofahrer. Die meisten fahren einfach zu schnell für die Wetterlage, erklärt eine Polizeisprecherin Bild. Viele Fahrer würden denken, mit einem Allradantrieb könnten sie auf dem Eis schneller fahren und auch schneller stoppen. Tatsächlich aber zeigen diese Videos, dass eine vermeintlich geräumte und sichere Straße trotzdem sehr gefährlich werden kann. Wir haben jetzt noch ein zweites Mal mit neuen Regierungen. Noch ein? Ich weiß, was es für die Zeitraum. D rocken. Ich weiß nicht. Ich weiß, es ist, wie Sie wissen. Ich weiß, was Sie wissen. Wir haben automatisch. Also, ein abonnieres Wetter. Runden.